Lass uns Vögel lernen! Sperling Krähe Taube Strauß Strauß Flamingo Kolibri Oile Papagai! Pingüin! Han! Trothahn! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren Kanal! Finde die größeren Tiere und Vögel! Kannst du sagen, welches Tier größer ist? Ja, du hast recht! Dies ist das größere Tier! Kannst du sagen, welcher Vogel größer ist? Ja, du hast recht! Das ist das größere Tier! Was ist der größere Vogel? Kannst du sagen, welches Tier größer ist? Ja, du hast recht! Das ist das größere Tier! Kannst du sagen, welcher Vogel größer ist? Ja, du hast recht! Das ist der größere Vogel! Kannst du sagen, welches Tier größer ist? Ja, du hast recht! Das ist das größere Vogel! Das ist das größere Tier. Kannst du sagen, welches Tier größer ist? Ja, du hast recht. Dies ist das größere Tier. Kannst du sagen, welcher Vogel größer ist? Ja, du hast recht. Das ist der größere Vogel. Kannst du sagen, welches Tier größer ist? Ja, du hast recht. Das ist das größere Tier. Kannst du sagen, welcher Vogel größer ist? Ja, du hast recht. Das ist der größere Vogel. Danke fürs Zuschauen. Abonniere unseren Kanal. Das Sonnensystem Die Sonne ist der Stern im Zentrum des Sonnensystems. Sie ist eine riesige, rotierende und glühende Kugel aus heißen Gasen. Die Sonne ist die Quelle der Sonnenenergie. Welcher Planet ist das? Merkur Welcher Planet ist das? Venus Welcher Planet ist das? Erde Welcher Planet ist das? Mars Jupiter Welcher Planet ist das? Jupiter Jupiter Welcher Planet ist das? Saturn Welcher Planet ist das? Uranus Welcher Planet ist das? Neptun 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 Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal. Finde den Unterschied. Finde drei Unterschiede in diesen Bildern. Lösungen 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 Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal. Lass uns Farben lernen Welche Farbe haben die Stifte? Rot Blau Welche Farbe haben die Stifte? Blau 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 Abonniert unseren Kanal. Blau Grau Grau Blau 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 Gelb. Welche Farbe haben die Stifte? Weiß. Weiß. Welche Farbe haben die Stifte? Schwarz. Welche Farbe haben die Stifte? Braun. Welche Farbe haben die Stifte? Orange. Orange. Welche Farbe haben die Stifte? Lila. Ja. Welche Farbe haben die Stifte? Rosa. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal. Lass uns etwas über den Geschmackssinn lernen. Ja. Es gibt vier Grundtypen von Geschmack. Süß, salzig, sauer, bitter. Lernen wir, wo die Geschmacksknospen auf der Zunge sitzen. Süßer Geschmack. Die Geschmacksknospen für Süßes sind an der Zungenspitze. Schokolade. Hier einige Beispiele für den süßen Geschmack. Schokolade. Eiscreme. Bonbons. Früchte. Salziger Geschmack. Die Geschmacksknospen für Salziges sind auf beiden Seiten der Vorderseite der Zunge. Beispiele für Lebensmittel mit salzigem Geschmack sind Chips. Popcorn. Pommes. Oliven. Sauerer Geschmack. Die Geschmacksknospen für Saures sind auf beiden Seiten der Zunge. Hier einige Beispiele für den sauren Geschmack. Zitrone. Essig. Joghurt. Orange. Bitterer Geschmack. Die Geschmacksknospen für Bitteres sind auf der Rückseite der Zunge. Hier einige Beispiele für den bitteren Geschmack. Dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade. Kaffee. Medizin. Nienpflanze. Dunkle Schokolade. Und jetzt ein kleines Quiz. Yay. Wie schmeckt dunkle Schokolade? Kaffee. Ja, du hast recht. Dunkle Schokolade schmeckt bitter. Kaffee. Kaffee. Dunkle Schokolade schmeckt salzig. Kaffee. 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 Ja, du hast recht. Der Joghurt schmeckt sauer. Kaffee. Kaffee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal. Lass uns Gemüse lernen. Welches Gemüse ist das? Kartoffel. Welches Gemüse ist das? Tomate. Welches Gemüse ist das? Zwiebel. Welches Gemüse ist das? Karotte. Zwiebel. 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 Welches Gemüse ist das? Zwiebel. Marjine. Welches Gemüse ist das? Körbis. Welches Gemüse ist das? Erbsen. Welches Gemüse ist das? Kohl. Welches Gemüse ist das? Paprika. Welches Gemüse ist das? Koriander. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal. Tschüss. Tschüss. Bei. Black girl. Bis zum nächsten Mal.